Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir sind hier jetzt in der letzten Höhle und... Alter, wie sieht denn das hier aus? Kommen wir hin! Hä? Ähm, du hast Hunger und findest was zu essen? Ja. Dann würde ich sagen, den essen wir noch, weil bevor der... Ein roter Raum? Soll das ein roter Raum sein? Äh, trotzdem, was ist das hier eigentlich? Alter. Ah, hierfür ist die Keycard. Okay, wird geladen. Ähm. Was? Hä? Was zur Hölle? Alter! Wo bin ich hier jetzt gelandet? Kann ich das mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Was ist denn das? Das sieht aus wie rote Farbe. Ja. Okay. Roter Raum, rote Farbe. Hängt, glaube ich, zusammen, dass die Urinwohner hier gerade nicht reinkommen. Gehen wir nach da hinten hin? Gibt's hier auch noch was? Gibt's hier auch noch was? Ja, hier geht's auch noch ein bisschen weiter. Wo bin ich? Ich bin jetzt ganz am Süden der Karte, oder wie? Okay, aber hier kommen wir nicht mehr wieder raus. Was passiert, wenn wir den anderen Weg dahin gehen? Wo kommen wir hin? Ach so. Ja. Gut. Dann gehen wir halt da rum. Gut, dass ich zwei Spielstände jetzt gemacht habe. Denn wenn das hier jetzt das Finale sein soll, hier im Labor, und es gibt ja zwei Enden, das Richtige und die Alternative, dann vorbei. Hier gibt's nix weiter. Das ist ein gutes Werkzeug, da können wir alles mitnehmen. Eigentlich. Bin ich der Meinung. Hä? Okay. Nochmal rote Farbe. So ein Notizbuch hinzugefügt. Ja, Notizbuch. Ah, hier. Megan kann ich da noch gerade lesen. Okay. So ein kleines Mädchen namens Megan. Oh. Äh, wir gehen erstmal hier ran. Und schauen, was wir hier finden. Stoff. Nochmal Spielzeug, nochmal Stoff. Michi Lies. Michi Lies. Noch mehr Werkzeug. Warum können wir das alles nicht mitnehmen? Hier geht's wieder hoch. Alter, ist ein ganz anderes Spiel geworden. Hier habe ich das Gefühl, wir werden hier gleich kämpfen müssen. Okay. Oh, wir können uns hier hinsetzen. Ja, bisschen Ausdauer erfüllen. So. Oh, da können wir essen. Nice. Errungenschaft freigeschaltet. Daily Grind. Nice. Wie geil ist das denn? Hier. Okay, und hier. Big Spender. Okay. Warte, wie viel haben wir noch davon? Okay. Zweimal können wir noch holen. Dann haben wir das Full. Alkohol. Nice. Hier ist wieder Kleingeld. Müssen wir alles mitnehmen. Hier können wir nochmal essen. Das haben die jetzt aber geil gemacht hier. Oh, Alkohol wieder. Können wir Alkohol erstmal wieder voll machen. Wer wollte jetzt hier was? Antwort ich spät. Oh, hier ist nochmal diese antike Zeichnung. Ah, nochmal Kaffee. Rauchen wir. Und noch einmal. Ich habe da was gehört. Aha. Aha. Ich habe hier was gefunden. Sollte man hier überhaupt hin? Bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube schon. Okay. Vielleicht ist er gewollt. Dann will ich da hinten noch ein bisschen erkunden. Wenn das hier gewollt ist. Ja, das sind wir eine Zeichnung. Ja, sieht so aus, als wäre das doch gewollt. Mal schauen, vielleicht können wir hier so irgendwie weiter. Nee, können wir hier nicht. Mal Kleingeld nehmen. Oh, hier ist auch nochmal Kleingeld. Und Alkohol, Kleingeld Alkohol. Was zu? Kann das sein? Ich bin da überfragt. Ja, jetzt. Jetzt schreiben die mir alle. Ja, wenn wir hier jetzt lang müssen, dann... Dann ist es halt so. Sind wir dran vorbei? Ah, okay. Was haben wir hier? Ethical Scientist. Ancient Artefacts. Okay. Haben wir wieder was Neues gefunden. Wieder dieselbe Zeichnung da an der Wand. Okay. Ähm. Nochmal Tücher. Noch mehr Spielzeug. Wo bin ich hier gelandet eigentlich? Also... Klar, das ist ein Forschungslabor, aber... Das sieht aus wie so eine... In so einem Kinderkrankenhaus. Ähm. Hier sind nochmal ein paar tote Babys. Dahinten ist zum Glück niemand. Da gehen wir noch nicht hin. Okay. Hier können wir auch noch nicht rein, aber... Scheiße. Oh, der heißt John. Okay. Ach. Kleiner Scheiße. Ist doch gelebt. Ja, hier ein... Mutanten. Mutanten? Was ist da? Ach. Da steckt er fest. Der ist tot. Okay. Das war's dann mit denen. Jetzt kommen wir hier bei denen rein. Ähm. Aber wir haben neues... Dings hier. So, wo ist denn das neue? Hier. Okay. Wenn wir hier noch mehr finden. Ich sehe ihn. So, einmal wechseln. Anzünden. Und hoffen wir mal, dass der nicht bis zu mir hier durchdringen kann. Rungschaft freigeschaltet. Make it rain. Kommt er hierher? Der ist tot. Der hat drei Schuss. Der ist tot? Ja, kostenlose Mutantenrüstung. Immerhin. Da beschwere ich nicht. Da beschwere ich mich gar nicht. Hier ist auch noch ein Muschiklaus. Und da kriege ich aber keine Mutantenrüstung. So, warte mal. Dann wechseln wir wieder hier drauf. Okay. Da haben wir noch einen Galoppel-Heinz. Hier haben wir nochmal Stoff. Ähm. 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 Äh. Was testen? Ähm. Ähm. Was? Da liegen noch mehr... Ach du Scheiße. Oh, was haben wir hier? Ähm. Ähm. Property of Megan. Ich habe so ein Gefühl, Megan wird hier noch sehr, sehr wichtig. Da ist Musik im Hintergrund. Und wieder Hunger. Ich hoffe, die Musik hat, äh, äh, keine, äh, Urheber, äh, also macht keine Urheberprobleme hier bei mir. Jetzt was, äh, äh, wenn ich das hier hochlade. Was? Da ist ein Stein. Muss ein ganz besonderer Stein sein. Haben wir hier. Okay. Das ist dieselbe Zeitung wie auf den Tafeln da. Und wir haben wieder das Ding hier. Sahara. The Predictable of Elements. Ja, wer kennt's nicht, äh, das Sahara, äh, Elementensystem. Hier ist irgendwie nix zu sammeln. Die ganzen Dinger da. Würde ich gerne mal mitnehmen. Oh, da geht's auch noch weiter. Haben wir hier. Noch ein Dokument. Denken eben nochmal. Hier können wir Energie nochmal aufladen. Hier können wir nochmal was essen. Ah, ich seh die schon da. Guck, guck. Komm. Du bist nicht der Hellste. Kann ich durch die Scheibe hauen. Nice. Komm her. Komm her. Oh. San. Was hat er da? Ein Sticky. Noch ein Dokument. Bei Megan Cross. Kann ich hier jetzt ein Feuer bauen? Nein. Kann ich nicht. Aber hier gab's ja noch. Bisschen was. Neues. Bei Megan Cross. Da haben wir das Bild. Da haben wir das hier. Den hier haben wir jetzt neu. Entschuldigung. Ja, fehlt uns nur noch hier die Seite. Ähm. Oh. Was ist mit dem passiert? Kommen wir da rein? Hier müssen wir reinkommen. Irgendwie. Oder auch doch nicht. Da können wir nicht rein. Schade. ne. Da sind wieder Babys. Ja. Es war ein bisschen nicht cheatet, aber. Kommt. Kommt her. Besser so, als wenn die mir die ganze Rüstung jetzt herunterknallen. Oh, Medikamente. Können wir aber nichts mitnehmen. Machen wir Stoff. Wir sind hier aber wirklich gelandet. Dass wir ausgerechnet auf dieser Insel hier abstürzen. Ähm. Da ist das erste Artefakt. Oh, noch eine Kassette. Was hat er mit zweiter Artefakt-Test beschrieben? Äh. Okay, mit zweiter Artefakt-Test. Okay, was? Hä? Interessant. Oh, hier haben wir nochmal eine rote Farbe. Nochmal so ein Dokument. Nochmal rote Farbe. Warte mal. Daddy's Dad. Das ist doch der Typ vom ganzen Anfang. Der mir den Kleinen weggenommen hat. Den Timmy. Oder nicht. Ja. Was verdient, dass du mir meinen Jungen weggenommen hast. Daddy's Dad. Megan's School-Foto. Hat Megan ihn umgebracht? Und jeder Menge Stifte äh, durch und durch gebohrt. Ja. Okay. Muss man das verstehen? Was ist denn das? Kann man damit irgendwas machen? Ja, kann man. Was passiert? Und er ist noch nicht mit Maden und so weiter übersät, weil wir 180 Tage gebraucht haben. Aber der ist tot. Ich mache gerade gar nichts, damit ihr Bescheid wisst. Ich steuere gar nicht. Okay. Aber die Musik. Wie geil die jetzt wird. Musik Okay Äh So ein Liedsbuch, das Buch ist hinzugefügt Ein Eintrag auf deiner To-Do-Liste hinzugefügt To-Do-Liste aktualisiert Was? Finde ein neues Opfer Äh Ein neues Opfer? Oh Megan Cross Ein neues Opfer finden Hm Ich hab da so ne Vermutung, hier läuft irgendwo ein kleines Mädchen rum Dessen, dessen Daddy hier tot rumliegt Ich würd sagen, äh, auf der Suche nach ihr Machen wir uns in der nächsten Folge Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart Ich bin's, euer Max Deos und Phil Ich bin's, dass ihr mit dabei macht Ich bin's, ich bin's, ich bin's für ein Angelegen Ich bin's, wir sind's, wir müssen nachher bei uns für ein paar Mal noen ab wie zum Beispiel Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018